Wo ist mein Schatz Jengo? Nein, sorry. Dein Schatz. Okay, vorab. Was ist zuletzt passiert? Die Jungs befinden sich aktuell in Bielefeld und haben im Club Schoki Abis Geburtstag gefeiert. Ja man, alles gut in die Kommentare? Und jetzt geht's nach dem Feiern. Nach Hause. Ich hab grad realisiert, ich kann nicht mehr nochmal feiern gehen. Ich hab jetzt gerade wieder so locker 30 Bilder gemacht. Und das ist ja cool. Ihr seid ja alle cool drauf und so. Aber es ist einfach crazy. Und trotzdem fahr ich kein Mercedes. Bald. Hallo. Yo, ich bin da. Korrekt. Ja, willkommen. Welche Seite? Einfach unten. Alles gut, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Top, top, ja, ja. Leute, ich hab Angelos Nummer geleakt. Jetzt gerade. An den Cutter. Bitte rausschneiden. Aber wenn's nach ihm geht, müssen wir das gar nicht rausschneiden, glaub ich. Solange sich ein paar Mäuschen bei ihm melden, ist alles gut. Leute, Angelo hat Geburtstag. Ich hab ihm Jack Daniels geholt. Chiiii! Wo ist er? Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag. Danke dir, Alter. Ich hab mega Bock, Digga. Und wie war Prüfung? Prüfung, Digga. Ich hab gar nicht gelernt, aber ich hab über was stehen. Reicht. Eieieiei. Eieieiei, Digga. Eieieiei. Eieieiei, Digga. Eieiei, Digga. Ich hab ein Warnungslossnacken. Warnungslossnacken. Wir können bestellen was wir wollen. Machst du? Ist dann so? Ich hab jemals gesagt. Ich wollte Ikea Hotdogs. Boah, Ikea ist was anderes. Ey, also ja, ich geb auch Ausfahrt. Wenn wir Fisch stellen, lass doch rausgehen. Das ist nur 1€ Wir brauchen halt 2 Fahrer Was macht der Fisch denn? Also sonst brauchen wir 2 Fahrer Wenn ihr jetzt noch mit raus kommt Wir können hier frei parken So dann lass mal hier gucken Wir finden schon irgendwas zu messen oder? Schön hier Was ist das? Süßkartoffeln Das ist ein Süßkartoffeln mit Das Brot sieht aus als wenn das Reis war Bruder das ist mit Zwiebeln Ganz fest Zwiebeln Hast du ohne Zwiebeln? Du hast doch keine Zwiebeln Du hast einen Tausch Ey Sicher dass es Zwiebeln gibt Warum? Ich hab ohne Zwiebeln Ich hab ja nicht so zu schwenken Man kann auch Zähne putzen Na Ja hä? Putze mag ich hier, Typ Mein Nagen ist was anderes Ja Alter Ich hab ja nicht 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 Was lernen wir daraus? Keine Storys machen davor Danach ist okay Also wenn wir weg sind Aber nicht wenn wir da sind Hallo mein Schatz Was machst du schon wieder hier? Ich weiß nicht mal wie du heißt Und wie war die Fahrt? Zweimal laden Ja zweimal geladen Zweimal geladen Juli hat mir ungefähr drei Stunden nur erzählt Oh das ist so toll Ich werde dir wieder angeschissen Ihr Scheißbixer Das ist immer noch nicht mein Auto Ich hab ja die extra Version bestellt Long Range Die kommt dir nur zernab Ja Tim hier hat mir einfach Den letzten Meiner ist kaputt gegangen Wir haben einen Clip können wir einblenden Pass auf Pass auf Was war das? Ist er irgendwo reingefahren? Freust du dich? Bald ist das dein eigener Ich hätte schon meinen gehabt eigentlich Aber Pass auf Wie viel zahlst du für Tank Also für Elektrogetank Ich zahl grad S4 Free alles für Tesla Jetzt geht's Ah Einfach das Schürt Raus? Ja Voll geil hä? Wie geil Machst du einfach so Weckes Parkplatz eben Alle tanzen hier Das wird mir ein bisschen zu viel hier Kannst du einfach so Hä? Digga das ist so richtiges Perlenauto Digga Hä? Wie? Du kannst wie so viel mit einer Perle machen Das ist so ein Dateauto ne? Das ist ein Dateauto Das kannst du beim Mild Wenn du Mild hast dann Hä? Achso der fährt automatisch nach vorne Tschisch Kann ich das so lenken? Ich kann so lenken halt die Fresse Ja Junge das ist unfair Möchtest du was trinken? Ich muss mich einloggen Könntest du was anbieten? Ja Ne wie wärs noch mit einer guten Frisur Das ist leider heute nicht drin Hallo Digga Das ist leider ausverkauft Das ist leider ausverkauft Das ist leider ausverkauft Wollt ihr auch Twitch gucken? Und da sind wir Die Junge da sind mehr Frauen Was für hier? Komm wir machen hier ein Foto Angelo komm Komm hier Alle mal jetzt bitte einen Screenshot machen Genau Jetzt Zeig mir deine stolze Karte Als du denkst das ist meine Zimmerkarte Falsch gemacht Und wie findest du den nicht klug? Ich find den eigentlich ganz cool Ich will bitte einmal Angelo will ich da haben Dann Schoki auf dem mittleren Und hinten links Ach was Zum Tanzen oder? Das will er ja zum Tanzen Und dann Go-Go-Tänzerin Und dann leicht bekleidet In Pink Eigentlich brauchst du Santos als Fenster Und ein Tutu Und ein Strümpel Braucht man das alles? Nee Diggi Schoki los Kommst du heute damit klar? Ich komm damit klar Komm dann Ewa Eeeen Eeeen Ewa 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 Schaden Ich-Nein, 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 ich-Nein! Hey, mach! Ich-Nein, 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 ich-Nein. Woran gehen wir jetzt? Wir gehen jetzt Club, es ist ein Heckmeck hier gewesen, aber hat das mit den Minuten klappt? Laura, Yalla, komm jetzt. Wo ist mein Schatz Jango? Dein Schatz, halt vergessen. Ich hab das Gefühl, seitdem du reingangst, du musst irgendwie jede Woche ein Alkohol haben. Ist ja irgendwie gut doch. Aber nicht nur einmal die Woche. Ist schon scheiße. Aber keiner so breit wie du. Hey Kosta, du machst das alles alleine. Warum noch ein Bier? Kosta. Ich war gestern unterwegs in der Natur, weil ich es liebe. Ganz alleine auf der Wiese. Plötzlich stand da eine Ziege. Eine Fiese. Ich hab die ganze Angst. Aber jetzt ist es ja paratotisch. Was ist das total? Wie ist das total? Super.